Jo, da fährt gerade ein Lkw. Im Anbetracht der Situation werde ich so schnell wie möglich nach Ungarn rübersetzen. Die Wege hier sind extrem schwer befahrbar, manchmal nur schiebbar. Ich stehe jetzt gerade unter einer Eisenbahnbrücke, aber die kann ich nicht passieren. Also ich schaue mal, wo ich noch eine nächste Brücke finde. Das ist hier jetzt nicht so gerade so viel. Ja, ansonsten bin ich so circa 100 Kilometer von Budapest weg. Und ich freue mich, dass das Bett in Sicht ist. Hallo Leute, ich melde mich wieder. Es ist ein wunderschöner Abend hier. Wir haben Sonnenuntergang. Ich bin in Budapest. Ich habe gerade die Donau überquert über die Fahrradbrücke. Und ich hatte heute einfach keine Lust mehr zu filmen. Also, dass ich solche schlechten Straßen hatte und alles. Und jetzt bin ich hier. Ich freue mich total riesig. Es hat nämlich aufgehört zu regnen. Und es macht Spaß, wieder Fahrrad zu fahren. In einer Stunde ungefähr habe ich mein warmes Bett wieder Couchsurfing. Und ich wollte mich einfach nochmal kurz melden zum Ende des Tages hin. Und bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und alles gut. Alles im Pott. Ist alles in Ordnung. Und Fahrrad hat Stand gehalten. Bis hierher. Gott sei Dank. Ohne eine einzelne, einzige Panne. Okay, die kleinen Sachen, die man so beheben kann, ist okay. Also, ciao Leute. Das war mein 10. Tag.